Wir sind am Ende der ersten Hälfte der Balladco-Herausforderung angekommen, aber heute geht es ums Ganze bei der Herausforderung Nummer 10, Doppelt oder Nichts. Warum Doppelt oder Nichts? Also einmal, dass Nichts kommt daher, dass alle gespielten Karten nach der Punktezählung geschwächt werden, aber doppelt, weil sie eben auch alle, 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 alle Karten haben hier ein rotes Siegel. Und damit werden sie ja ein weiteres Mal nach der Punktezählung ausgelöst, wenn sie denn überhaupt in die Wertung einfließen. Damit wir unsere Karten am Anfang ein bisschen schonen, werde ich in der Ante 1 beide Blinds überspringen und damit hoffen, dass wir auch sehr schnell gegen das Kreuz durchkommen. Ich sehe hier auch schon einen Straight, ich weiß aber nicht, ob der schon ausreichen würde. Ich gehe daher mal auf die höheren Zahlen hin. Das sollte dann auch noch gehen am Ende. Ja, schön. Wir haben einen Straight dabei, den spielen wir und dann gucken wir mal, was wir dann hier gleich im Shop so vorfinden können. Aber wir brauchen noch eine weitere Hand. Das ist natürlich hier wirklich immer sehr belastend, dass man sehr schnell ein nicht mehr funktionstüchtiges Deck hat, weil man eben ja doch immer probiert, ja, wie kriegt man denn hier vielleicht mit wenig Karten irgendwelche Formationen hin. Aber wenn man sich dann verschätzt, dann muss man danach wieder neue Karten verwenden. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, sehr belastend, lässt sich aber schlecht vermeiden. Zwei Paare. Damit kommen wir jetzt hier auf jeden Fall durch und werden mal schauen, dass wir im Shop sehr schnell Ersatz finden. Oder auch mal ein paar schöne Joker. Das Ei. Ja, okay. Nicht schlecht. Wir öffnen nochmal das Clowns-Paket. Also so richtig überzeugend ist das hier alles nicht, muss ich euch sagen. Der Läufer kommt noch mit rein. Dann werden wir versuchen, hier primär Straight zu spielen. Man kann ja auch einen Straight spielen mit geschwächten Karten. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Ja, wir spielen den Small Blind. Und haben auch direkt ein Straight parat. Sehr schön. Ja, gerade läuft es natürlich noch ganz gut, aber das ändert sich dann sehr schnell, sobald man nicht mehr viele Karten irgendwie hat. Der grüne Joker kommt rein. Wir gehen in die nächste Runde und überspringen aber den Big Blind für ein Mega-Arcana-Paket. Wir können Karten auch wieder entschwächen, indem wir sie mit einem Effekt belegen, wie zum Beispiel der Glückskarten-Effekt. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann werden wir noch einen neuen in eine Stahlkarte umwandeln und gehen dann zu der A. Ja, wir haben hier jetzt eh noch keinerlei Formation, die irgendwie aufgestuft wurde. Da brauchen wir uns da nicht so viele Sorgen machen. Wir können einfach versuchen, einen Straight zu spielen. Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Erstmal brauchen wir natürlich die Karten. Wir brauchen noch eine Dame. Die ziert sich allerdings. Dann spielen wir einmal die höchste Karte. Noch einmal. Und wir sind auch schon durch. Immerhin. Auch ohne Straight hat das gut geklappt. Das Duo passt nicht mit unserer Straight-Strategie, aber die ist ja noch nicht in Stein gegossen. Wir holen das mal mit rein. Und gehen in die nächste Runde. Wir überspringen den Small Blind für ein Mega-Standard-Paket, damit wir mal wieder ein paar Karten uns reinholen können. Wir nehmen diese 10 sowie einen König mit einem goldenen Siegel. Der Big Blind. Hier würde sich schon wieder mehr ein Straight gut machen, weil wir schon so viele Zahlen dabei haben. Aber noch nicht genügend, wie man gerade feststellen durfte. Okay. Jetzt aber. Wir haben auch den Mult-Effekt durch die Glückskarte dabei. Kommen damit also mit einer einzigen Hand durch. Sehr schön. Wir könnten eigentlich versuchen, mit dem Banner und dem grünen Joker das jeweils zu erhöhen. Wir werden mal den gierigen Joker raushauen und dann die verbleibenden Dollar für ein Himmels-Paket verwenden. Der Drilling. Der wird jetzt mal aufgestuft. Ich glaube nämlich nicht, dass wir langfristig Straight spielen werden. Okay, wir spielen erst einmal diese verschiedenen geschwächten Karten, damit sich unser grüner Joker aufstufen kann, nicht reduziert wird und damit auch beim Banner durch die verbleibenden Abwürfe die Schippzahl erhöht wird. Wir kommen wieder ein Straight eigentlich sehr nahe, aber wir haben es noch nicht. Dafür aber ein Flasch. Dann spielen wir den. Ich hoffe es reicht. Ja, knapp, aber immerhin sehr gut. Wir machen weiter. Ein weiteres Arcana-Paket wird geöffnet und wir werden wieder ein paar Karten zu Bonus-Karten machen. Damit werden die wieder spielbar. Ich freue mich. Das Ei, ja, das lassen wir erst mal noch. Wir überspringen den Small Blind, damit wir nachher einen Polychrom-Joker erhalten. Gehen aber zu dem Big Blind über. Wir haben direkt ein Straight dabei. Den spielen wir. Dann haben wir diverse Geschwächte, aber wir haben hier ein Drilling. Ich würde gerne noch einen Ticken kurz warten und einfach mal ein paar Karten mehr spielen. Eben um den grünen Joker auch ein bisschen hoch zu pushen und so. Das läuft ja gar nicht mal verkehrt. Okay, wir haben den Drilling. Dann spielen wir den jetzt. Und so sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Das könnte jetzt eine Strategie werden, mit der wir hier arbeiten können. Und erhobene Faust als Polychrom-Joker ist auch sehr, sehr gut. Dann nehmen wir den Läufer raus. Der bringt uns nicht so viel. Die erhobene Faust kommt mit rein. Und wir öffnen die beiden Booster-Pakete. Ja, wir pushen mal Flush. Anschließend Arcana-Paket ansehen. Und mal wieder ein paar zufällige Tarot-Karten. Naja, bringen uns alle beide jetzt nicht so viel, aber ist okay. Das Wasser. Wir haben also eh keine Abwürfe. Dann könnten wir... Das ist eine schöne Idee, glaube ich. Wir machen diese zwei zu der Steinkarte. Und werden dann die höchste Karte dazu noch spielen. Diese 10. Das ist ordentlich. Ist ein guter Start. Ist vollkommen okay. Wir haben einen Straight dabei. Spielen wir ebenso. Schade, schade. Leider auch bei der Glückskarte nicht viel Geld gemacht. Aber hätte ja klappen können. Hätte ja eben gerade deswegen sein können, weil wir da ja so ein schönes rotes Siegel drauf hatten. Was ist jetzt der Plan? Ich glaube, wir verkaufen das Banner. Werden dann erst einmal unser Geld verdoppeln. Und hier noch das Clowns-Paket öffnen. Der Vampir lacht mich so ein bisschen an. Weil wir damit immer wieder einen Bonus-Effekt oder sowas einfach abnehmen könnten. Bevor die Karte geschwächt wird und damit den eben verbessern. Ich weiß aber nicht, ob es sich das so sehr lohnt. Ich glaube, der unsichtbare Joker wäre hier cleverer. Das Ei ist auch schon sehr, sehr wertig. Das ist gut. Wir nehmen den Leergutschein auch noch mit rein. Und gehen in die nächste Runde. Ein negativer Joker wäre schon sehr, sehr nützlich. Sehr nützlich. Ja, doch. Dann überspringen wir auch den Big Blind für eine größere Hand. Und gehen direkt zu dem Boss Blind die Schlange über. Okay. Okay, okay, okay. Wir spielen ein Straight. Wir spielen einen Drilling. Nee. Wir spielen ein paar. Ach, das Problem ist jetzt gerade, dass wir hier eh geschwächte Karten überall haben. Wir spielen daher einen Drilling, lassen aber die 6 drin. Und damit sind wir raus. Sehr gut. Wunderbar. Welcher negative Joker kommt denn? Der blaue Joker. Plus 2 Chips für jede verbleibende Karte im Deck. Warum nicht? Gratis dazubekommen ist schon nicht schlecht bei dem. Der Stahl-Joker in Foil-Edition. Wir verkaufen das Ei und holen den mit rein. Jetzt haben wir auch sehr, sehr viel Geld. Können den Tarot-Händler auch mal einlösen. Und ich werde, ich werde, ich werde das riesige Himmelspaket öffnen. Und noch einmal. Ich verbessere Full House. Wir machen weiter. Alles klar. Ich bin mir so unsicher gerade, was die beste Variante ist. Ob wir vielleicht sogar wieder beides hier überspringen sollten. Ja. Wir überspringen beides. Verbessern damit unseren Drilling um 3 Level. Und bekommen hoffentlich, wenn wir denn der Fisch hier wirklich besiegen sollten, nochmal ordentlich Schotter. Aber dazu muss auch einiges hier gut laufen. Ich sollte den grünen Joker nicht weiter belasten, oder? Okay. Mal überlegen. Mal überlegen. Mal überlegen. Mal raushauen. Wir machen eigentlich gut Punkte. Ja, doch, doch. Spielt einfach alles, was ihr da so habt. Und wir hoffen, dass wir irgendwie noch am Ende ein großes Paar mit reinbekommen. Ja, okay. Gut. Ich hoffe, es reicht. Wir brauchen noch 12.000 Punkte jetzt. Wir haben ein Drilling, aber nur geschwächte Karten. Aber da hat es sich gelohnt, den Orbital-Tag zu nutzen, weil eben der Drilling damit das schon alleine rausgerissen hat. Trotzdem mal wieder viel mit Glück zu tun gab das Ganze. Wir verkaufen den unsichtbaren Joker. Und bekommen einen weiteren Stahl-Joker. Das ist gar nicht so verkehrt. Arcana-Paket öffnen. Und wir holen uns eine weitere Stahl-Karte. Nämlich diese 9. Damit werden unsere beiden Stahl-Joker verbessert und wir haben mal wieder eine prinzipiell spielbare Karte dabei. Wir öffnen das Himmels-Paket und können Full House verbessern. Okay, sehr schön. Neuziehen. Erosion. Ja, ich werde aber keine Karten mehr weghauen. Direktes Cut wird eingelöst und wir gehen weiter. Der Opse macht mir nicht so viele Probleme. Das ist mir egal, ob das Geld am Ende weg ist. Die Sache ist nur eher, ob wir den überhaupt besiegen können. Wir überspringen den Small Blind. Wir überspringen den Big Blind. Und werden dieser Dame auch noch einen wunderschönen Effekt hinzugeben. Aber sie ist immer noch geschwächt. Ich dachte, das habe ich mir anders vorgestellt. Okay, blöd. Egal. Abwerfen. Ne, nicht abwerfen. Nicht abwerfen. Der grüne Joker muss weiterhin recht hoch bleiben. Die höchste Karte alleine hat hier gerade 37.000 gemacht. Damit ist das für mich hier eh geregelt. Ich habe keinen Bock. Wir gehen hier raus. Wenn auch mit 0 Dollar. Ist egal. Hauptsache wir sind durch. Sind die jetzt so arg krass dadurch, ja? Okay. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber ist okay. Alles ist hier gerade gratis. Den brauchen wir aber nicht. Wir verbessern straight. Wir öffnen die beiden Booster-Pakete in jedem Fall. Und sind dann auch hier gleich wirklich schon in der letzten Ante gelandet. Das Ast wird zu einer Wildcard. Damit wird es wieder spielbar. Und die nicht spielbare 7 wird zu diesem selbigen Ass nochmal umfunktioniert. Oder nein? Anders. Die wird ebenfalls zu einer Stahlkarten 9. Ich glaube, das ist besser. Ach, jetzt fällt mir auch auf, oder mir fällt wieder ein, warum das gerade so krass ist. Wenn wir die Stahlkarten auch auf der Hand haben, die haben ja auch ein rotes Siegel und werden damit mehrmals gespielt. Das macht Sinn. Ach, ich habe das brutal verdödet gerade. Ja, schön. Wir kommen hier gut voran. Öffnen also auch noch dieses Arcana-Paket und... Ich glaube... Wir holen uns die Todes-Karte nochmal rein, um dann später gegebenenfalls noch einmal eine Karte in eine Stahlkarte zu verwandeln. Wir überspringen beide Blinds und gehen direkt zu der Himmelblauen Glocke, damit wir hier auch einfach anfangen können. Einmal ein Full House. Ich brauche hier unbedingt ganz, ganz schnell irgendwelche Stahlkarten auf der Hand. Oder auch nicht. Es läuft auch so ganz gut. Ja, das ist also alles gar kein Problem. Das habe ich mir komplett falsch scheinbar vorgestellt. Aber ja, nö. Am Ende wird es einfacher als der Anfang, habe ich das Gefühl. Ich bin ein wenig irritiert. Ich glaube, man merkt es. Aber ja, damit sind wir also mit den ersten 50% der Herausforderungen in Balatro durch. Wir kommen also endlich auf die Seite 2 von 2 und dort fangen wir an mit Typisierung. Wenn der Ante-4-Boss besiegt wird, werden alle Joker ewig. Aber die Joker-Slots werden ebenso auf 0 gesetzt. Wir haben also wirklich nur bis zur Ante-4 Zeit, um uns dazu zu entscheiden, welche Joker wir spielen wollen. Danach bleibt es bei denen. Okay, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.